Das ist die Dominieren-Stadt-Kämpfen-Show. Ich war halt immer bereit zu lernen, bereit mitzumachen. Jede Woche Menschen, die bahnbrechendes geleistet haben. Ich hab gelernt, wenn Scheiße am Boden liegt, dann lass sie liegen, fass sie nicht an, du könntest eventuell ließen danach. Ob eine Idee gut ist oder schlecht, das definiert man nicht selbst, sondern das definiert der Markt. Direkt zu dir nach Hause. Möglich mache es eine positive Einstellung. Und hier ist dein Host, Dr. Julian Hosp, der Experte für smarte Abkürzungen im Leben. Herzlich Willkommen zur heutigen Episode der Dominieren-Stadt-Kämpfen-Show. Mein heutiger Gast ist ein ganz spezieller Freund von mir. Es ist einer der Gäste, der mich am allerlängsten kennt. Und er kennt so richtig meinen Weg, wie ich damals gerade aus dem Schulabschluss gekommen bin. Und dann gemeinsam Medizinstudium, gemeinsam den Sport, der uns verbunden hat, miterlebt habe. Und zwar, ich spreche von Michael Schitzhofer. Michael Schitzhofer ist jemand, den ich jetzt mittlerweile, wir sprechen auch sehr lange über das Ganze, über 10 Jahre kenne. Wir sprechen sehr, sehr viel über den Sport, Kitesurfen. Wir sprechen davon, wie man Kitesurfen lernen kann, jemanden, dem es interessiert. Wir sprechen aber nicht nur über Kitesurfen selber, sondern wir sprechen generell über Profisport. Wie können sich Sportler selber vermarkten? Welche Tipps gibt es denn da? Wie funktioniert die ganze Arbeit mit Presse? Wie funktioniert die... Viele Wege, wie man als Sportler die richtige Kommunikation hat. Und wer jetzt glaubt, diese Episode ist nur für Sportler interessant, der liegt wirklich absolut falsch. Wir reden nämlich über Konzepte und Ideen, die so ziemlich auf alles anwendbar sind. Und mit dem wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ihr bekommt da richtig viel Wert draus. Ich freue mich auf euer Feedback. Starten in der Episode. Du erkennst, wie wichtig die richtigen 5 Menschen um dich herum sind? Du möchtest dein Leben genauso dominieren, anstatt immer nur zu kämpfen? Doch, wie geht das? Genau dafür hat Dr. Julian Hosp die Dominieren statt Kämpfen Mastermind-Gruppe gegründet, in der du exklusiven Zugriff auf Insiderwissen zu Gesundheit, Beziehungen, Netzwerken, Business, Finanzen und vieles mehr bekommst. Tausche dich zudem mit hochmotivierten Menschen aus und erweitere dein Netzwerk automatisch, ganz bequem von zu Hause aus. Schau gleich auf www.julianhosp.com slash mastermind und buche deine kostenlose Intro-Stunde. Dominiere, anstatt nur zu kämpfen. Ganz kurz, bevor wir in die Show reingehen, drei kurze Dinge. Erstens, wenn du eine regelmäßige E-Mail zur Show haben willst mit Hintergrundinformationen, Fotos und Links, dann geh auf meine Webseite dominieren-statt-kämpfen.com, kämpfen mit A-E, trag dich dort ein und ich schicke dir einmal pro Woche eine E-Mail zur Show. Das Zweite, wenn du regelmäßig jeden Tag eine kleine motivierende Audionachricht bekommen willst, dann geh auf tab.25geschichten.de und hol dir Julians täglichen Audioblog, wo ich jeden Tag ein paar richtig tolle Sachen bespreche, immer ganz kurz und pünktlich in der Früh. Und das Dritte, wenn du mehr Infos zu den ganzen Geschichten und Hintergrundinformationen haben willst, dann hol dir mein Buch 25 Geschichten für mein jüngeres Ich, wo ich darüber spreche, wie ich bestimmte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe und welche Auswirkungen die gehabt haben und was du daraus für dich mitnehmen kannst. Das Buch bekommst du am einfachsten über Amazon, gehst du einfach auf 25geschichten.de und holst dir es direkt von dort. Ich würde mich total freuen, wenn du das machen würdest, auch wenn du mir ein Feedback auf Amazon hinterlassen würdest und auch ganz wichtig, weil du ja diesen Podcast wahrscheinlich am Handy oder am Computer hörst, lass mir doch ein Review auf iTunes und beschreib, was dir in diesem Podcast besonders gefällt. Es hilft mir und es hilft anderen Leuten, diesen Podcast auch zu finden und zu erkennen, um was es in dieser Show und bei diesen ganzen Gästen geht. Also jetzt aber viel Spaß, wir steigen jetzt direkt rein. Ja, servus Schätzi, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Hey, freut mich voll, dass du da bist. Ja, hi Julian, freut mich auch. Was Neues für mich, bin schon gespannt, wie das wird. Ja, coole Sache, haben wir uns eh schon länger nicht mehr gehört. Hey, erzähl einmal ganz kurz den ganzen Zuhörern, wenn dir heute jemand fragt, Michi, was machst du, wie antwortest du? Ja, also ich bin Michael Schützhofer, ich komme aus Österreich, bin professioneller Kitesurfer, toure auf der Welt herum mit der World Tour, lebe meinen Traum und mache jetzt nebenbei schon ein Studium, Training und Sport auf der FH wieder Neustadt und ja, schau, dass ich da dem Sport treu bleibe und für später was aufbaue. Ja, cool, da haben wir jetzt richtig gute Themen zum Reden. Also wir kennen uns, wie lange kennen wir uns jetzt schon? 2005, 2004? Ja, ja, so irgendwo, ja. 11, 10, ja. In Italien das erste Mal. Unglaublich, die Zeit vergeht, ja. Ja, coole Sache. Ja, viel erlebt, viel gute Erinnerungen, das finde ich immer super. Du, erzähl einmal kurz, wie hat das Ganze mit dir angefangen, also vor allem jetzt an dem Profisport, was hast du davor gemacht, wie war die Zeit da dazwischen, wie waren die ganzen letzten 11, 12, 13 Jahre? Ja, ist schon ganz schön lange, muss ich sagen. Also kiten, du, ich seit 15 Jahren, bin durch meinen Vater dazugekommen, weil der begeisterter Windsurfer war, ich immer auf den Urlauben mit war und dann auf den Riff vor den damaligen Weltmeister Marc Schinn gesehen habe und das hat mich einfach so imponiert, dass ich kite 12 Mal einfach als so geil empfunden habe, dass ich es machen habe müssen. Da haben wir dann mit einem Freund einen kite besorgt in Österreich. Wie alt warst du damals? Ah, so 15 war ich da gerade, ja. Und kiten war halt ganz neu in Österreich. Aber in dem Moment, wo ich das Ding das erste Mal in der Hand gehabt habe, hat mir der Virus gepackt und es hat nicht mehr losgelassen, bis heute. Und ja, 2007 dann habe ich mich entschieden, das professionell zu machen, nach meiner Matura in Österreich und nach dem Bundesheer. Ich habe kurz einmal versucht, einen Job auszuüben, aber das Kiten hat einfach gerufen. Was hast du da gemacht? Ich habe meine Sachen gepackt. Also ich war Förster, habe die Ausbildung zum Förster. Das habe ich schon voll vergessen, das stimmt. Ja, ja. Da habe ich als Förster in Österreich gearbeitet, aber ja, es hat mich dann einfach aufs Wasser gezogen wieder. Ich bin dann nach der Daffel gegangen für drei Monate. Okay, also gleich voll rein. Ja, ja, volle Kanne, ja. Und übrigens auch Verluste. Und ab dann auf der World Tour jedes Jahr dabei, ja. Wie war damals der Sport? Damals, ich meine, damals war das ja relativ anders als heute. Damals war ja von den Sicherheitsdingen, auch von den ganzen Tricks und alles, ich meine, das hat sich ja jetzt total gendert, gerade vom Anfang. Ich meine, das war ja damals, wann ist ein Kitesurfen so richtig, also sagen wir mal so, dass es ja lohnfähig war. Ich meine, klar, die ersten Leute sind, was weiß ich, ich glaube 98 oder 97 irgendwie gefahren, aber wann warst du so richtig salonfähig? Also salonfähig in Österreich zum Beispiel ist es sicherlich geworden, nachdem ich begonnen habe. Also als ich begonnen habe, waren das ganz wenige Leute. Es gab, glaube ich, eine Kiteschule gerade in Österreich und ja, es hat nicht wirklich irgendjemand gewusst, um was es da geht, um was passiert. Und du hast auch nicht jemanden fragen können, was mache ich falsch oder was sollte ich besser machen. Das war Trial and Error immer alles. Und schon auch riskant, weil ja, wie du sagst, die Sicherheitssysteme haben sich erst spät entwickelt. Angefangen habe ich noch mit einem Zwei-Liner-Kite ohne Sicherheitssystem, da warst du fix reingehängt. Und ja, dann habe ich auch schon mal ab und zu auf meinen Vater von einem Baum runtergelacht, weil du bist halt nicht weggekommen vom Kite und einem Baum gehangen. Und Gott sei Dank, da muss ich echt auf Holz klopfen, ist da echt nie was passiert, weil es waren halt schon riskante Situationen, weil irgendwie haben wir nicht so ganz gewusst, was wir da tun oder halt sicher auch... Da war ja damals in Deutschland, ich weiß nicht mehr genau, wie die Dame geheißen hat, die was da ums Leben gekommen ist. Silke Gold. Ja, genau, Silke Gold. Die ist da in die Bullen rein und die war mausetot leider. Ja, ja, ja. Die hatte echt auch kein Auslösesystem und der Kollege, der in sie reingeflogen ist, wo sich die Kites verwickelt haben, hatte ein Auslösesystem, hat ausgelöst und sie hatte auf einmal den Zug von zwei Kites, so weit ich weiß. Und ja, das war sehr tragisch. Ja, also das ist jetzt bei dir 15 Jahre her. Ganz kurz, wie hast du beigebracht, hast du das komplett selber oder dein Vater oder wie hast du das... Damals ist gerade keine Kite-Magazine, der wird es gar nicht geben oder Videos, überhaupt noch nichts. Wie hast du überhaupt angefangen? Ja, wie gesagt, also ich habe damals auf den Riffle den Mark Schinn zugeschaut, ich hatte eine Idee, was es sein soll und wir haben uns dann einfach einen Kite gekauft, was in Wirklichkeit nur ein Lenktrache ist. Wo hast du den damals herkriegt? Ja, beim... Kannst du ruhig sagen? ...Surfschneider im Bodersdorf. Aha, okay. War, glaube ich, der einzige und erste Surfshop, der das überhaupt hatte. War damals ein Wippiker Classic, Zweileiner-Kite, in, glaube ich, dreieinhalb Quadratmetern und der war unglaublich Zug. Den kenne ich gar nicht mehr. Den kennen viele nicht mehr, glaube ich. Ja. Aber ja, nein, wir haben nur den Kite gekauft, ohne Board und einfach nur mal zum Spaß herumprobiert und ja, dann... Warum ohne Board? Einfach damit du fühlst, wie das ist oder warum ohne Board? Ja, weil wir haben ja nicht gewusst, wie es funktioniert und es hat einfach so cool ausgeschaut. Da haben wir mal gedacht, ja, kaufe ich eine Kite und das Ding hat halt so viel Zugleich gehabt. Wir sind durch die Gegend geflogen, durchs Wasser, unter Wasser, am Strahlen entlang. Dein Vater, war der damals dann nur Windsurfer oder hat der danach relativ schnell umgestellt? Ja, der war noch Windsurfer, aber irgendwann nach, glaube ich, zwei Wochen, wo wir so am Kite gehangen sind und vor allem und ich, hat er gemeint, er muss uns einmal zeigen, wie das jetzt geht. und er hat es auch probiert, ist auch gleich mal 100 Meter durchs Wasser geflogen worden und ja, das hat er auch nicht gepackt und war halt auch infiziert, hat ziemlich bald dann komplett mit Windsurfer aufgehört und um die Kite zu fahren. Ja, ich kenne deinen Vater richtig gut, wir waren ja so viel unterwegs, also das war ja gute Zeiten. Und dann, wie hast du dann zum ersten Mal, wie bist du dann aufs Board und wie ist es dann weitergegangen? Wie schnell waren da deine Fortschritte? Ich weiß so, dass das Board dazugehört und dass du das auch ausprobieren willst, also dann hatten wir die Kitekontrolle und haben uns halt gedacht, ja, jetzt muss der next step kommen, sind wir wieder zum Surfstore und haben uns ein riesengroßes Directional Board gekauft, ich meine, ich war 15 und ich weiß nicht wie klein, 1,40, das Board war 2 Meter und ja, waren auch klägliche Versuche am Anfang dabei, aber einfach halt mit der Zeit und dadurch, dass du halt jung bist, keine Angst hast und Spaß im Vordergrund steht, haben wir es halt dann irgendwie irgendwann geschafft und von dann halt immer weiter. Hast du, was hast du davor irgendwelche speziellen Sportarten gemacht? Hast du da relativ leicht dann beim Lernen, weil es gibt ja Leute, die tun sich ja beim Kiten, die brauchen ewig, bis die irgendwie weiterkommen und es gibt Leute, die haben das irgendwie echt in Morin, oder? Ja, also, puh, schwer zu sagen, aber so Talent, würde ich schon sagen und natürlich mit dem Alter, wenn du so jung bist, denkst du halt überhaupt nicht an irgendwelche Konsequenzen, Risiken oder irgendwas, du probierst es halt und schaust, was passiert und das macht es natürlich viel leichter, wenn du damit 40, 50 Kiten anfängst, ist natürlich ganz eine andere Geschichte, weil du halt einfach im Kopf schon ganz andere Sachen hast, schon viel lebt hast und Risiko anders einschätzt als ein 15-Jähriger, der einfach nur Spaß haben will und das hat mir natürlich sehr geholfen und mein Vater, totaler Sportfreak, Mountainbiken, Snowboarden, Skifahren, Wien surfen und ich habe natürlich alles versucht mitzumachen und mitzuhalten irgendwie, und ja, das hat mir sicher auch Vorteile verschafft. Klar, wenn du da Unterstützung in Eltern hast, das ist natürlich der volle Vorteil. Ja, na das ist ein Wahnsinn gewesen natürlich, weil das Kitenmaterial immer schon sehr teuer war und jetzt auch noch sehr teuer ist und wenn du nur als Kind jetzt Kiten anfangen willst und deine Eltern nichts damit zu tun haben, ist es natürlich sehr schwierig, da Fuß zu fassen, sag ich mal und wenn dein Vater genauso verrückt ist wie du nach diesem Sport und sich das Material kauft und du das mitbenutzen darfst am Anfang, ist es natürlich eine Erleichterung. Wie ging es dann weiter aus den Sponsoren oder wie war das dann bei den ersten Wettkämpfen? Ja, mein erster Wettkampf die Jahreszahl kann ich es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, war eine österreichische Meisterschaft in Podersdorf und war total spontan da mitzufahren, ich habe nicht mal gewusst um was geht oder was da los ist. Wer waren da die anderen Leute? Wer hat das Ganze gejudged? Wer waren da die Richter? Du fragst mich Sachen, ich weiß nur, dass der Bernie Kudonac von Keizerfinger T war der Organisator. Ja. Gewonnen hat das Ganze der Guido, Guido, du kennst dich auch noch. Ja logisch, mit dem waren wir in der Riefer gemeinsam. Ja, ich bin damals Dritter geworden und dafür, dass ich einfach am Morgen irgendwie überdachte, ja, dann fahr mal halt mit, weil es ist lustig, weil es sind ein paar Leute die ich kenne und so und ich war halt auch noch sehr jung, das war glaube ich in meinem dritten Jahr Kiten dann. Okay. Also du warst gerade 18, nein, was warst du? 18, 19? Nein, ich glaube ich war jünger. Ich glaube ich war 16, ehrlich gesagt, 16 oder 17. Okay, wow. Und... Was seid ihr damals für Tricks gesprungen, weißt du es noch? Ja, sicher, ja. Ich bin schon Twin Tip gefahren, aber noch ein ziemlich großes und... Es müssen die ersten Twin Tips überhaupt gewesen sein, cool. Backrolls, Frontrolls und waren schon ein paar One-Footer auch dabei und Transitions. Kannst du kurz erklären, was ist ein One-Footer? Ja, also da springst du einfach ein klassischer hoher Sprung mit dem Kite und du nimmst eines deiner beiden Beine aus den Schlaufen raus und machst quasi einen Kung-Fu-Kick, damit das auch jeder sieht, dass das Beine draußen ist und dann wieder rein in die Schlaufe landen und weiterfahren. Das ist jetzt natürlich heutzutage nicht mehr so spektakulär und nicht mehr so praktiziert, aber es war damals für mich ein absolutes Highlight, das machen zu können. Und irgendwie hat das dann schon was bewegt, natürlich, dass du bist so Dritter bei der Meisterschaft, Junioren, Österreicher Meister bei den Junioren und so und dann tankte ich irgendwie das Fieber, dass du mehr trainierst, dich mehr beweist und so und das war schon eine coole Zeit auch. Was heißt da, vielleicht können wir da später noch mal ins Detail noch ein bisschen reingehen, was mich total interessiert ist, so der Unterschied zwischen Kiten, also so wie der Hobby-Kite da draußen, Kite hat und du sagst jetzt wirklich trainieren, oder? Die meisten Leute, ich glaube das trifft auf jeden Sport zu, oder? Aber im Kiten, was heißt das jetzt, trainieren gegenüber einfach Kiten gehen? Ja, also viel mehr mit einem Plan reingehen, du hast eine Vorstellung, welchen Trick du heute landen willst oder was du verbessern willst an einem Trick und das probierst du halt dann teilweise 10, 15, 20, 30 Mal hintereinander, das legt dich die ganze Zeit aufs Maul und ja, das ist halt einfach verbissen sein, dass du irgendwas verbesserst oder änderst oder Neues lernst und ich glaube, dass da viele Anfänger einfach einen anderen Zugang haben, oder halt fortgeschritten auch, aber halt Hobby-Kite, dass du dich nicht freiwillig 30 Mal hintereinander komplett zerstörst und trotzdem noch versuchst, irgendwas zu ändern und weiterzumachen und da ist, glaube ich, ein großer Unterschied, was Trainieren und Freizeit-Kiten betrifft, einfach, dass du weiter machst, wenn es schon weh tut. Absolut, ja. Ja, finde ich super. Und wie ist es dann weitergegangen? Hast du damals schon Sponsoren gehabt? Wie hast du damals das Material bekommen? Ja, nach dieser österreichischen Meisterschaft, nach der ersten, war das dann so, dass wir mein Dad und ich, mein Dad ist auch mitgefahren, ich wusste also nicht mehr, was er geworden ist, aber auch nicht so schlecht. Also du warst besser als er, obwohl du viel jünger warst. Ja, ja, ich war besser. Aber, ja, war dann natürlich, sind wir zu einem Surfshop gegangen, haben gemeint, ob wir da irgendwie was billiger kriegen oder so und da hat das dann angefangen mit dem Upside-Down-Store in Österreich, in Podersdorf mit dem Tom und dem Harry und, ja, haben wir dann die Kites bill bekommen, ja. So ist es dann halt losgegangen, ja. Ja, ja. Okay. Und dann, wie ist es dann weitergegangen? Wann waren dann so größere Meisterschaften, wann waren denn die Weltmeisterschaften, weil die waren dann auch in Podersdorf? Ja, genau. Also es gab dann jedes Jahr den, im Rahmen des Surfworld-Cups in Podersdorf, die PKA Worldtour, hat der immer stopp gemacht. Und da bin ich dann schon, ich glaube 2003, das erste Mal gestartet, aber halt wirklich noch ohne irgendwelchen Intentionen, nur zum Spaß und weil ich halt eine Wildcard hatte. Was ist das? Und, ja, eine Wildcard ist, dass du nicht in die Quali musst, sondern direkt aufgrund dessen, dass du local bist und der Organisator zwei Wildcards vergeben kann, darfst du dann im Hauptbewerb mitfahren, ohne dass du ehmals irgendwo mitgefahren bist. Sonst müsstest du dich qualifizieren. Und, ja, das war halt einfach zum Jux und Spaß und um da mal reinzuschnuppern, um zu sehen, was sich dort tut. Und das war natürlich auch eine coole und wichtige Erfahrung, mal das Level dort zu sehen, wie die Typen dort drauf sind und agieren im Wettkampf. Und das hat mir sich auch weitergeholfen. Du hast dich aber, du hast dich da nie entmutigen lassen irgendwie, weil du gesagt hast, okay, du fährst da jetzt mit und weil du jetzt vielleicht nicht ganz vorne dabei bist, du hast dich da nie entmutigen lassen. Nein, schon alleine deshalb, weil ich, also für mich und vor allem für meine Eltern war es immer wichtig, dass ich natürlich die Schule zuerst abschließe, bevor ich irgendwas anders machen darf. Und das habe ich halt auch gewusst. Und wenn die Typen halt, die das viel Zeit haben, die ganze Zeit nur am Wasser sind und du in der Schule sitzt, Schulbank drückst und halt gerade am Wochenende und in den Ferien mehr Zeit hast und zum Kiten zu kommen, ist das natürlich ein anderes Level. Das ist natürlich ein voll interessanter Punkt. Wie hast du da, gerade jetzt mit deinem Dad, wie hast du das gemacht? Also ich meine, ich gehe jetzt davon aus, es gibt ja voll viele Leute und die hören dazu und die wollen, also nicht nur Kitesurfen, sondern da geht es ja um alles. Die wollen Musiker werden, die wollen irgendwie ein YouTube-Star werden. Es ist ja ganz egal, was die halt wollen, aber eben nicht unter Anführungszeichen den typischen schulischen Erfolg, oder? Wie ist denn das bei dir gegangen? Hast du da nicht irgendwie das abwägen müssen oder sagen müssen, okay, das ist das Risiko, irgendwie danach nicht zu studieren? Wie ist denn das abgelaufen? Ja, nein, das war bei mir relativ schnell. Ich glaube, meine Eltern wollten, dass ich die Matura in Österreich fertig mache oder meine schulische Bildung zumindest bis dahin abschließe, damit ich nachher die Chance habe, falls sich irgendwas ändert, dass ich das Studium machen kann. Und das habe ich auch sehr schnell eingesehen, weil es auch wirklich wichtig ist, leider, im Standard in Österreich und ich glaube, in Europa allgemein ist es einfach wichtig, dass du deine Schulbildung fertig machst. Wenn du da irgendwo mit 14 abbrichst und nichts hast und dich dann vielleicht im Sport verletzt, stehst du vielleicht wirklich blöd da. Oder wenn deine YouTube-Karriere auf einmal nicht funktioniert oder irgendwas anderes in ist und du nicht mehr rechtzeitig dazukommst oder auf den Zug ausspringen kannst und dann einfach vor nichts stehst und auch keine schulische Bildung hast, dann hast du große Probleme. Es gibt keine Garantie natürlich, dass du mit der schulischen Bildung oder mit dem Studium irgendwie besser dastehst, aber es erhöht natürlich die Chancen, meiner Meinung nach. Voll. Nein, sicher, klar, stimme da voll zu. Weil du gerade angesprochen hast, Verletzungen, Kloppervold, war bei dir aber nie was Schlimmeres, glaube ich, oder? War nie was Schlimmeres, Gott sei Dank. Gerade beim Kiten, beim Freestyle-Kiten sind Knie und Schultern, also die Gelenke halt, die du viel verwendest, gefährdet und da passieren viele blöde Verletzungen, Bänderrisse, Schulterauskugeln, Bänderrisse in der Schulter und so weiter und natürlich extrem unangenehm und wenn du als Offensportler eine Saison verlierst durch sowas, geht dir natürlich auch viel Geld verloren und viel Zeit. War bei dir ein so ein Event oder so ein Ereignis, wo sagt, das war so, das beschreiben halt total viele Sportler, sie sagen so, ein Event, ein Ereignis, das war so der Durchbruch oder das hat so alles verändert unter Anführungszeichen. Hat es das bei dir auch gegeben? Ja, also ist natürlich immer schön zu sagen, ich bin dann zwei Jahre später, glaube ich schon im nächsten Jahr österreichischer Meister geworden, was natürlich für mich viel bedeutet hat, quasi am Treppchen ganz oben zu stehen und dann ein cooles Event, an was ich mich wirklich noch gut erinnern kann und wo du auch dabei warst, war in Frankreich in der Katze, in der Singlimination Dritter wurde und dann Vierter insgesamt. Das war natürlich schon ein Erlebnis, wo du denkst, ja geil, ganz vorne dabei sein, mit den ganz Großen da oben stehen, schon wirklich cool. Ja, vor allem bei den Bedingungen, weil gerade Frankreich, man hat es 100 kmh Wind oder sowas, sehr wahnsinnig. Ja, das waren ganz brutale, böige Bedingungen, aber ja, da war ich irgendwie im Flow-Moment und es hat irgendwie gut funktioniert. Definitiv, nein, da kann ich mich noch voll gut erinnern, ja. Wie sieht es jetzt aus, also für welche Sponsoren fährst du, beziehungsweise was verwendest du für Material, was sind so Dinge, wo du sagst, das ist so dein Lieblingsmaterial, das sind die Größen, Bordgrößen, Kaltgrößen, ganz egal, was ist so dein Traum, wenn du sagst so, das sind die Bedingungen, wenn du die hättest, findest du die auch irgendwo auf der Welt oder was sind so die Dinge, wo du sagst, boah, dazu geht alles. Ja, also das gibt es auf jeden Fall, also ich fahre im Moment für Best Kiteboarding, bei meinen C-Kite, Best GP und ein Board, das ich zusammen mit meinem Dad entwickelt habe, dem Procreator und Also den macht ihr selber, die baut ihr selber? Ja, also mein Vater ist ja Board Shaper und baut Boards für Best Kiteboarding, ist dort der Entwickler der Board, der Twin Tip Range und da habe ich natürlich Vorteile, weil ich ihm genau sagen kann, was ich brauche und was ich will und das wird dann auch so gebaut, das finde ich auch sehr cool und ja, wenn dann der Alpha GP und mein Board funktionieren, das Ganze bei gleichmäßigen Wind und es hat entweder Kickerwellen oder absolutes Flachwasser, zum Beispiel wie in Brasilien in einer Lagune und es ist warm und die richtigen Leute sind da, dann gibt es dann nichts Besseres auf der Welt. Wie ist, du bist total viel im Winter in Kapstadt, oder? Genau, ja. Warum? Ja, also ich bin seit dem ersten Jahr, wo ich eben drei Monate gleich nach Kapstadt gehe, ich bin jeden Winter in Kapstadt zum Trainieren und einfach um das Leben dort zu genießen, weil es ist einfach ein unglaubliches Leben dort, der Lifestyle ist ein Wahnsinn, die Stadt selbst, Kapstadt ist einfach so unglaublich schön, attraktiv, vielseitig und die wird einfach nie langweilig, auch wenn mal ein Tag ist, ohne Wind oder zwei Tage und du kannst immer was machen, du erlebst neue Sachen, ich komme jetzt seit ja, zehn Jahren hin und erlebe immer noch neue Sachen, entdeckte neue Plätze, neue Spots, der Wind und die Welle und das Ganze sind sehr herausfordernd, spektakulär und aber auch wirklich wunderschön zu kiten, du kaltest vor dem Tafelberg und vor dem Landshed, vor der Stadt und es ist eine wunderschöne Szenerie, es sind jedes Jahr wirklich coole Leute unten, ich treffe seit zehn Jahren die selben Leute, wie zum Beispiel Kevin Langray oder Aaron Heidler sind auch immer unten und es ist eine pushende und coole Atmosphäre dort. Wie sieht da bei dir so ein ganz normaler Trainingstag, wenn du den beschreiben kannst, wie sieht der aus? Hast du da eine Routine? Oder wo hast du für dich, wo du sagst, da hast du eine perfekte Trainingsroutine, wäre das jetzt im Winter in Kapstadt? Ja schon, also das kann man sich schon super einteilen dort, natürlich man kann den Wind und die Natur nicht immer hervorsehen, das ändert sich manchmal, also ob jetzt am Morgen, Wind ist oder am Nachmittag, das ändert sich einfach und man muss halt seinen Tagesplan je nachdem anpassen, also es ist halt gerade im Kiten ein bisschen schwierig und das macht es auch ein bisschen schwierig und spannend, dass du das einfach nie am Tag davor perfekt sagen kannst, was wann passiert, aber die normale Routine in Kapstadt, die letzten Jahre war eigentlich immer, dass du aufstehst am Morgen, Kaffee und Frühstück. Wann stehst du auf? Oh, sieben Uhr würde ich sagen. Okay. Und dann schaust du halt, dass du dich gleich mal beim Start in den Tag gut ernährst, Joghurt mit Früchten, Obst, Müsli dazu, Nüsse, dass du dann mal einen guten Start hast. Ohne Kaffee geht bei mir mal gar nichts. Wie hast du denn Kaffee? Schwarz? Oder wie machst du denn? Nein, ganz einen Schuss Milch, aber sonst, ja, normaler Kaffee mit einem Schuss Milch und dann geht es ab ins Fitnessstudio, gibt es gleich eins um die Ecke dort und da wird einmal je nachdem, was am Plan steht, trainiert, wie mit freiem Gewicht. Hast du da einen Trainer oder woher kriegst du das oder machst du das selber? Wie kommt das zusammen? Der Trainer ist leider nicht drinnen im Kaisersport. Es gibt halt keine Föderation oder Verband, der dir seinen Trainer zur Verfügung stellt und selber einen Personal Trainer zahlen. Das können nur ganz wenige Kleider, glaube ich, und machen, das glaube ich niemand. Aber das Glück, das ich habe, ist, dass ich Sport studiere, Sportwissenschaft und da sehr viel Wissen schon angereichert habe und mir das angeeignet habe und selber die Pläne mache und die halt so kaispezifisch wie möglich umsetzt, wobei es ist, da gibt es kein Geheimnis, du musst einfach das Gewicht heben, dich verbessern und dann wird auch der Sport besser werden. Wie oft gehst du dir in der Woche ins Studio? Ja, ich versuche, dreimal versuche ich es. Kommt natürlich immer auf die Windbedingungen ein bisschen drauf an und du musst auch, gerade wenn du zum Beispiel in Kapstadt bist und die Bedingungen hart sind und du den ganzen Tag mit hartem Wind hattest, musst du auch mal Pause einlegen, aber prinzipiell sind es drei Tage in der Woche. Okay, tust du viel dehnen oder Yoga oder meditieren? Man ist jetzt da unterschiedliche Dinge, ich weiß, aber... Ja, man kann es ja auch verbinden, Yoga kann ja vieles sein, aber ja, ich mache schon Yoga, gerade um mich zu dehnen, um auch ein bisschen abzuschalten und um die Muskeln quasi zu regenerieren und geschmeidig zu bleiben. Ja, das finde ich sehr wichtig. Ja, wenn, wie sieht dann bei dir so vor der Kite, also vor einer Kite-Session, wärmst du dir auf oder hast du immer so eine spezielle Routine? Wie gehst du da rein oder einfach jetzt mal raus? Na, absolut, absolute Routine dabei. Finde ich extrem wichtig für mich und ich glaube, ich würde es auch jedem empfehlen, aufwärmen mit Schwunggymnastik, mobilisieren den Körper, quasi in einen Status versetzen, wo er weiß, was jetzt kommt. Also das ist auf jeden Fall so, wenn du dich aufwärmst und deine Übungen machst, weiß der Körper einfach, was als nächstes kommt und wenn du vorbereitet drauf bist und die Gelenke schon aufgewärmt sind, die Körpertemperatur ein bisschen erhöht ist, die Muskeln gedehnt sind ein bisschen und vorbereitet sind, dann geht da auf jeden Fall mehr Leistung und das Verletzungsrisiko wird natürlich stark reduziert und das ist mir extrem wichtig. Machst du das dann vor dem Wettkampf, wenn du in den Heat reingehst, machst du das genau gleich oder machst du dann nochmal was anderes? Nein, mache ich schon ziemlich gleich. Also ich mache, ich habe es früher angefangen, natürlich im Wettkampf das stark zu machen, aber habe es mir dann sehr schnell angewöhnt, dass ich das auch einfach vor jeder Freeride-Session oder Training-Session mich auch genauso aufwärmen, weil es einfach keinen Unterschied macht, die Belastung ist dieselbe, Kiten ist Kiten und es ist einfach wichtig, dass du da nicht von 0 auf 100 reingehst, sondern dass du da einfach schon aufgewärmt bist. Nein, nein, voll okay. Wie lange bist du da draußen am Wasser? Ja, wie gesagt, also Wind kannst du nie hundertprozentig planen, das ist leider echt nicht so wie der Basketballer, der in die Halle geht und weiß, jetzt mache ich eine Stunde das und das Training und dann gehe ich dusche und heim, sondern wir müssen uns halt sehr auf den Wind anpassen. Es kann natürlich sein, dass der Wind drauf runter geht und wenn du den Kite wechseln musst, die Kite größer, weil die ist an den Wind angepasst, an die Windstärke. Also eine gute Session ist, bei gutem Wind eine Stunde, eineinhalb Stunden mit kurzen Pausen am Stand dazwischen, wo du nochmal drüber nachdenkst, was du erinnern kannst oder auch Luft schnappst wieder und ja, dann bist du eh so ausgepowert und auch im Kopf natürlich ein bisschen ermüdet und ja, dann musst du mal relaxen und wenn es geht, kannst du eine zweite Session machen für eine Stunde nach so ein, zwei Stunden Pause. aber es kommt natürlich auf den Spot der Fahrer in Kapstadt, wie du weißt, selbst auch, ist ein sehr forderndes Gebiet, wenn du da eineinhalb Stunden draußen warst, dann war es das eigentlich auch für den Tag, weil deine Knochen einfach müde sind von den Wellen, von den harten Landungen und natürlich auch von den Crashes. Wie geht es dir mit den Haien dort? Ja, na, darüber habe ich noch ganz selten nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch sogar schon mal beim Kipenern gesehen, war aber eine total entspannter Atmosphäre. Na, ehrlich, oder? Der Haie hat einfach wieder vor mir umgedreht und ich bin einfach weitergefahren, ohne irgendwie mich zu erschrecken oder so, aber ja, die Haie gibt es dort einfach und genauso gibt es dort Autounfälle oder herumfliegende Golfbälle oder ja, in der Karibik herunterfallende Kokosnüsse. Also, wenn ein Tag gekommen ist, dann wird irgendwas passieren und wenn nicht, nicht glaube ich, das darf man nicht, davon darf man sich nicht abhalten lassen, das zu tun, was man liebt. Was war beim Kiten das Schlimmste, was du je erlebt hast? Also, kann es sein, dass es jemand anderem passiert ist? Ja, also wir waren einmal im Februar in Ägypten zum Trainieren, meine, eigentlich die ganze Familie und ich und da ist leider ein Hotelbesitzer aus der Dominikansch Republik, der noch nicht kiten konnte und eigentlich einen Kurs gemacht hat, auf die dumme Idee gekommen, selbst das für sich auszuprobieren, obwohl der Lehrer noch nicht da war und hat seinen Cat selbst gestartet vor Telsen, wo dann das Meer angefangen hat und ist leider gegen die Felsen geknallt, dann ins Meer und wir haben ihn dann rausgezogen, mein Dad, ein Freund und ich, aber leider hat der Typ nicht überlebt und das war natürlich schon ein tägliches Erlebnis für alle. Wow, scheiße. Ist er dann am Weg im Krankenhaus gestorben, im Krankenhaus oder gar nicht mehr sein? Im Krankenhaus, ja. Also es war halt, er war halt schon komplett blau, hat nicht mehr geatmet. Eine vorhin von uns war Krankenschwester, hat natürlich versucht zu reanimieren und versucht da noch was zu retten und du weißt nicht, wann es denn wirklich vorbei ist, aber wir haben dann nur die Nachricht erhalten, dass er es halt nicht geschafft hat. Oh, scheiße. Das ist natürlich auch immer schwierig in Ägypten, wenn du bist halt irgendwo am Strand in irgendeinem Hotel und bis da halt die Rettungskette aktiviert wird, es dauert halt einfach lang. Logisch, ja. Wie geht es dir da generell? Also du hast davor Gott sei Dank gesagt, dass dir selber nie was passiert ist, aber wie gehst du, wenn du zum Beispiel bei anderen Leuten, man sieht ja oft, dass andere Leute irgendwie verletzt sind, dass sie nach irgendwann schwierigen Rotationen in sich das Bandel reißen. Wie gehst du deinem Kopf drum um? Wie schaffst du es, dass du da deinen Fokus hältst und sagst, okay, ich lasse mich jetzt davon nicht negativ beeinflussen, sondern mein Fokus ist stark genug? Oder spielt das ihm ein bisschen mit? Ja, im Hinterkopf spielt es sicherlich mit und es kann natürlich immer sagen, was passiert ist. Ob sich jemand selbst irgendwie verletzt hat aus Grunds von grober Fahrlässigkeit oder so irgendwas oder ob einfach die Bedingungen so schwierig waren oder so verkehrt war, dass da was passieren muss und du dann trotzdem da den Bitfaden musst natürlich ganz andere Sachen. Wir hatten das vor zwei Jahren, also im August 2014, wo Mario Rottweiler, deutscher Schacht, heifert sich, aber in wirklich bescheidenen Bedingungen in Deutschland in St. Medording das Knie komplett zerstört hat und jeder schon davor gesagt hat, die Bedingungen sind einfach wirklich schlecht und gefährlich, weil die Welle so aus einer blöden Richtung kam, dass wenn du immer gelandet bist, war die Chance sehr groß, dass du genau in der Gegenwelle landest und das natürlich unglaublichen Druck aufs Knie ausübt und dann hat es den Mario erwischt und wir haben trotzdem noch fahren müssen und das ist natürlich dann schwierig, das auszuschalten und zu sagen, ja nein, mir passiert das nicht, weil du kannst es einfach nicht sagen, aber in dem Moment, wo die Tröte losgeht und der Hit losgeht, bist du einfach so im Fokus und du weißt halt, was du tun musst und du gibst dein Bestes und dann wird alles andere ausgeblendet. Gibt es da dann Fahrer, die das kleiner Meinung nach besser ausblenden oder vielleicht sogar zu viel ausblenden? Wie siehst du die da? Ja, nein, also das Risiko von Kiten hast du ja immer und natürlich denkst du an Konsequenzen, wenn du was Neues lernst oder wenn du in den Hit gehst und gerade wenn du im Hit bist, pusht du dich noch mehr und dieses Puschen kann jeder, glaube ich, aber es gibt Leute, die können einfach noch einen Schritt weiter gehen und quasi das Hirn komplett ausschalten und da einfach ohne Rücksicht auf Verluste reingehen und da gehöre ich, glaube ich, nicht dazu, was vielleicht auch ein Grund dafür dann ist, dass ich noch nicht so verletzt war wie manche andere, dass man ab und zu dann, wenn man sagt, es bringt jetzt nichts, wenn ich da noch weitergehe und es gibt halt Leute, die denken sich, naja, ich gehe trotzdem noch einen Schritt weiter und die braucht der Sport auch diese Leute, finde ich, aber es ist dann halt, ja. Wie meinst du das? Der Sport braucht das? Ja, weil ein Sport kann sich nur dann entwickeln, wenn man weiß, wo das Limit ist oder wenn man schaut, dass man über das Limit geht und das Limit verschiebt und wenn dann einer das macht, dann probieren es die anderen auch, wenn man gesehen hat, ja, es ist ja möglich, man kann es machen und so entwickelt sich ein Sport und ich glaube, so entwickelt sich vieles und im Sport sind halt die Konsequenzen oft, oft andere als irgendwo in der Privatwirtschaft oder sonst wo, aber einer muss halt sagen, das ist eure Grenze, aber nicht meine und ich gehe noch den Schritt weiter und wenn es funktioniert, dann ist das die neue Grenze, das trifft er, das trifft er nicht nur im Sport, das ist wirklich auf alle, das ist ja klar. Haben sicher viele Leute nicht glaubt, dass das geht und einer hat es halt gemacht. Was man ja oft beim Surfen halt hört, sind Drogen. Wie siehst du das? Wie ist das im Kitesport? Denkst du das ist, ich meine, ich gebe dir immer so die typische, der typische Surfer ist ein Kiffer. Wie siehst du das? Stimmt das, stimmt dieses typische Vorurteil oder wie siehst du das? Ich meine, das passt ja da dann voll rein, oder weil irgendwie das... Ja, ja, das ist natürlich ein absurdes Klischee und ich weiß nicht, ob das aus Filmen kommt oder aus Erzählungen, schwer zu sagen, aber es gibt genau wie in jedem anderen Job solche und solche Typen, aber die Leute, die es auf der World Tour professionell und ernst nehmen, da haben Drogen einfach nichts verloren und das wissen die Leute auch, dass es einfach ein hartes Training ist und natürlich gibt es Ausnahmen und Leute, die das machen. Es gibt ja auch Länder, wo es legal ist, zum Beispiel einen Schein zu rauchen, aber für mich zum Beispiel war das immer Kiten im Vordergrund und der Sport und die Leistung zu verbessern und ja, ich verzichte auch bis auf wenige Ausnahmen im Jahr generell auf Alkohol, Drogen sowieso und versuche mich gesund zu ernähren und finde es extrem wichtig, da seinem Körper das bestmögliche Setup zu geben, um damit er dir das zurückgeben kann, die Leistung. Wann würdest du Alkohol trinken? Ja, ich hatte letzte Woche meine Geburtstagsfeier im Rahmen des Surfer-Held-Cups im Bordersdorf. Ich wusste, dass es kein Wettkampf ist, weil einfach die ganze Woche kein Wiener gesagt war und dann kann es schon mal passieren, weil dann die Situation gepasst hat, die Party gut war und ja, die richtigen Leute, meine Freunde da waren und dann ist es auch lustig, aber es ist halt einfach alkoholischer, was schierig ist manchmal. Was haust du dann rein? Einfach alles, was kommt oder irgendwas ganz Spezielles? Nein, vor allem, weil ich eben das ganze Jahr über nichts trinke und dann einmal im Jahr eine Party ausratet, aber wenn ich dann mit drei Bier unterwegs bin, dann ist es so, wie wenn jemand die ganze Nacht zwei Flaschen die Kirche getrunken hat, also es ist unglaublich. Meine Räusche sind so günstig und auch kurzweilig, weil du halt, wenn ich drei Bier trinke, bin ich halt voll drauf, aber nach zwei Stunden bin ich halt nüsterner. Aber das war auch was irgendwie. Aber das finde ich auch wieder cool, ja. Und das sollte sowieso jeder das machen, was ihm Spaß macht, nur gerade als Sportler ist der Alkohol halt viel länger im System, als was du glaubst und es beeinträchtigt deine Leistung halt über zwei, drei Wochen und nicht nur am Tag danach. Voll. Na ja, klar. Wie sind die Partys generell so beim Weltcup? Wie ist denn da das Klischee? Die meisten Leute stellen sich das immer so vor, Surfer, Strand, Sonne, Strand und Meer, alles gut, die Mädels voll abfliegen und so weiter. Wie ist denn da? Räumen da mal ein bisschen auf mit dem Klischee. Ja, aufräumen, schuldig aufräumen, wenn es war, aber es kommt natürlich sehr darauf an, wo du bist. Also wir haben Worldcups überall auf der Welt, unterschiedliche Kulturen und da gibt es von bis, wir haben den Surfer Worldcup in Podostorf jetzt gerade wieder hinter uns. Ja. 102.000 Leute, die da dabei waren. 102.000? Ja, ja. Wow. Und bei den Partys halt jede Nacht 6.000 bis 10.000 Leute in den Partyselten dort. Ja, und du natürlich im VIP-Bereich, oder? Na klar. Nein, aber wir haben mich auch unter das gemeine Volk gemischt, ja. Auf die Handfläche. Aber nein, es kommt dann natürlich absolut auf die Situation und auf den Ort drauf an. Wir waren auch schon bei Worldcups in China, wo die Party dann nicht so ausgeartet ist irgendwie. Klar. einfach weil da die Kulturen so aufeinandertreffen und du, ja, gar nicht weiß, glaube ich, wo die Party passiert oder wie da eine Party ausschaut. Und du natürlich, wenn du den Worldcup hast, kannst du nur einmal am letzten Tag, wenn die Siegerhörung vorbei ist, Party machen, weil alles davor ist halt, würde dich halt in deiner Leistung so einschränken. Und wenn du dann, du kannst natürlich die Party machen, aber dann hätte ich immer das schlechte gewesen, wenn ich verliere, war es vielleicht der Grund, dass ich nicht geschlafen habe, Party war, zu viel getrunken habe oder was, dass die Leistung geschmälert hat. Wo weltweit findest du die besten Partys? Bist du echt viel rumkommen? Ja, muss ich fast sagen. Ja, 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 aber zum Beispiel jetzt Podostorf, Surfer World Cup, das sind schon wirklich, wirklich gute Partys. Also Hut ab, dann geht die Party ab. Okay. Wer ist da von den Organisatoren? Wer arbeitet da am professionellsten? Uh, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber, ja, du weißt, Sankt Peter Ording, Deutschland, der World Cup dort ist wirklich groß aufgezogen und sehr professionell durchgeführt. Im Polostorf vielleicht auch sehr professionell, auch wenn der Sport halt eher schon sekundär geworden ist und die Party im Vordergrund. Ist für ein Veranstalter das sicher Sinn machen, oder? Ja, ja, ja. Ist einfach mehr Geld drin, wenn 5000 Leute auf Party kommen, als wenn 30 Leute da um die Wette fahren und 20 Leute schon zu, was wir auch schon hatten. Aber in Chile zum Beispiel. für einen Veranstalter ist natürlich wichtig, dass er Geld lokriert, die Sponsoren happy macht und gute Werbung macht für sich und seine Sponsoren. Wie funktioniert das mit dem Geld überhaupt? Wie viel Geld ist denn drinnen? Wie viele der Top-Fahrer denksten können vom Kitesport leben? Wie viel ist denn drinnen? Wie viele Leute verdienen richtig gut? Wie schätzen du dir sein? Also erstens kann man mal ganz sicher sagen, es ist weniger Geld drinnen, als was viele Leute glauben. Es wird im Kiten auch oft ums Geld gestritten, obwohl kein Geld da ist. Es ist halt eine Ansportart, eine Trendsportart und es ist eine Riesenschere zwischen Freizeit-Kiter, der Spaß am Kiten haben will und nach der Arbeit mal Kiten geht und dem Freestyle-Kiter, der hart trainiert. Und diese Schere ist, glaube ich, viel größer als in anderen Sportarten, was es einfach schwierig macht für Sponsoren über Team Rider und über die Wettkämpfe Kunden zu kreieren und da mehr Leute anzusprechen. Daher ist da, glaube ich, nicht so viel Geld drin, wie es in anderen Sportarten ist. Weil zum Beispiel Red Bull ist ja im Kitesurfen auch drinnen. Warum ist zum Beispiel, dass der Skateboarder oder keine Ahnung, Motocrossfahrer teilweise, dass die deutlich mehr verdienen als im Kiten, obwohl es meiner Meinung nach wahrscheinlich mehr Kitesurfer gibt, als wie irgendwelche Motocross-Fahrer, die extreme Dinge im Motocross machen. Ja, das stimmt schon. Also beim Motocross ist sicher auch ein bisschen das Risiko, dass bezahlt werden muss. Wenn du da einfach Kopf und Kragen riskierst, muss auch das Geld dazu passen, weil sonst steht sich das nicht dafür, wenn du für einen Sponsor ein Video machst und dich halber umbringst dabei. Aber ja, nein, muss man einfach sagen, in Amerika zum Beispiel spricht das so viele Leute an, Motocross und kiten sich so viel weniger. und eben wenn jetzt glaube ich in Motocross jemand einen Triple Backflip jetzt macht, wird das einfach sofort viral. Es schauen sich Millionen Leute auf der Welt an, dieses Video und das bringt einem Sponsor natürlich extrem viel. Wenn ein Kiter einen neuen Trick macht, verstehen die meisten Leute gar nicht, was es anders ist bei dem Trick und kiten ist dann glaube ich auch nicht populär genug, dass es viral werden könnte, nur wenn ein neuer Trick gelandet wird. Da musst du einfach schon extremere Sachen machen, von irgendwelchen Gebäuden springen oder über Brücken springen, von Brücken springen, dass Leute es einfach machen zu verstehen, was da passiert und was die Leistung dahinter ist. Wie würde das im Wettkampfformat ausschauen oder wie würde das generell ausschauen? Das ist dann relativ schwer, oder? Ja, nein, das wäre dann kein Wettkampfformat, sondern einfach ein Format, wo du sagst, du kommst mit einer genialen Idee, sehr kreativ, riskant, aber machbar und die Leute sehen dahinter, was dahinter ist, sehen, dass es schwierig ist, dass es was Besonderes ist, was du nur mit dieser Sportart machen kannst und dass es dann einfach die Begeisterung auf sich zieht. In Wettkämpfen geht es halt immer darum, dass du dich am besten an die Bedingungen anpasst und deine Tricks, die schwierigsten Tricks, die du kannst auch unter diesen Bedingungen zeigst und die Tricks, die wir halt machen, kommen viele vom Wakeboarden, sind technisch extrem schwierig, aber für den Normalkeiter, der gerne hoch springt, gerne mal zehn Meter hoch springt, lang in der Luft ist, einfach schwer nachzuvollziehen und es ist schwer, den Normalkeitern das Spektakuläre da zu zeigen. Was heißt hoch springen, wie hoch springen da die Leute, wie lang springen die oder wie lang sind die in der Luft? Also wir beim Freestyle, bei uns geht es eben um die technischen Manöver mit Rotationen, mit Handlepass, wo du die Längsstange, die Bar hinter dem Rücken vorbeigibst und da bist du einfach so, sage ich mal, zwei, drei, vier, fünf Meter in der Luft, fünf Meter ist schon sehr hoch und wenn du hoch springen willst, wie zum Beispiel beim King of the Air in Kapstadt springen die Leute halt an die 20 Meter. Wow. Heuer gab es mal guten Wind, warm Event und dann ist glaube ich Aaron Hadlow knapp 23 Meter gesprungen und das ist dann schon sehr imposant und einfach viel mehr der Wow-Effekt, als wenn du halt auf zwei Meter einen wirklich technischen Trick machst. Beim King of the Air, da habe ich ja eh nur gehört, dass anscheinend das von den Richtern, das war ja sehr umstritten. Warst du dort? Nein, ich musste leider davor heimfliegen. Ja, habe ich auch gehört, aber es ist halt immer, Judging ist halt immer eine Style-Frage und sehr personenbezogen. Die Juroren sehen etwas und dem Juroren gefällt etwas und das kann was anderes sein, als was dir gefällt oder dem anderen Zuschauer gefällt und dann gehen die Meinungen natürlich immer auseinander, es gibt halt keine fixe Punktrichtung, egal ob bei King of the Air oder Freestyle, wo du sagst, der Trick zählt 5 Punkte plus minus einen halben Punkt, weil der Style besser oder schlechter war, sondern es ist frei wählbar von 0 bis 10, wie viel ein Trick zählt und es ist immer im Ermessen dessen, der das gerade judgt. Klar. Also schaut, ja, er hat jetzt da gern gewusst, was deine Meinung dazu ist. Ja, weil da habe ich echt, also ich habe da von vielen Leuten halt unterschiedlichen Input bekommen, es wäre halt interessant gewesen. Ja, okay. Aber es gibt natürlich auch, wenn du Fan oder wenn du einen Fahrer favorisierst und den gewinnen sehen willst, hast du natürlich immer ganz eine andere Meinung als vielleicht jemand, der das objektiv sieht und was halt oft ist, dass du ein Hit anschaust, der Hit dauert beim King of the Air, glaube ich, sogar 20 Minuten und dir bleiben halt die zwei massivsten Tricks vielleicht oder überhaupt nur der letzte große Trick im Kopf, aber wenn da auf fünf Tricks zum Beispiel gejudged wird, weißt du vielleicht gar nicht mehr, was der fünfte Trick war, der da drin war und vielleicht hat der andere sogar nur vier Tricks gehabt, aber das siehst du ja gar nicht mehr. Du bist nur mehr gehypt von dem einen großen Trick von einem Fahrer, der vielleicht dann verloren hat, aber der halt nicht das komplette Paket geliefert hat. Gibt es da noch Strategien, wie du zum Beispiel jetzt im Hit, wenn du da gegen jemanden fährst, ist es immer eins gegen eins oder im Hit? Genau, also meistens eins gegen eins, es gibt im aktuellen Format auch Hits, wo du zu dritt fährst und nur einer gewinnt, aber die Strategie für mich ist immer, mein Bestes abzuliefern, je nach Bedingungen, dass ich zufrieden sein kann, weil wenn ich mein Bestes liefere und Danus ein Bestes liefert und je nachdem, wer gewinnt, dann ist es so, aber wenn ich schon schlecht war, dann weiß ich, dass ich es auch nicht verdient habe zu gewinnen. Ja, aber wie fährst du dann, fangst du gleich mit am besten Trick von dir an oder baust du das dann so schrittweise auf oder so wie du jetzt geschrieben hast, wie du davor gesagt hast, dass er am Ende, also dass jetzt da davor eben der Aaron am Ende eher seine guten Tricks gemacht hat, wie siehst du das? Gibt es da irgendwelche Strategien oder machst du das sehr konsequent? Du hast deine 10 Tricks und die fährst du wie in der Kühe ab? Ja, für mich ist es so, dass ich Spin aufbauen, mit ein bisschen leichterem Anfangen und das Ganze dann auch aufbauen gegen Ende hin. Gibt es da natürlich auch andere Strategien, dass du schon mit einem Scherzendrick anfängst und wenn er aufbauen, ist alles gut, wenn nicht, dann Crash halt ziemlich hart, aber wenn du den harten Trick landest und dein Gegner sieht es vielleicht auch noch und dann hast du schon mal dein Reviertel markiert. Aber ja, das ist halt top oder top. Ich versuche es da eh ein bisschen mit der sicheren Seite und baue es auf, aber da geht jeder mit persönlichen Vorlieben rein. Was war, wenn du so zurückschaust in deiner ganzen Karriere, was war dein absolut größter Erfolg, auf das du am stolzesten bist? War das der LeCut Event? Ja, absolut, ja, schon. Weil ich es mir damals wirklich hart erkämpft habe, hart trainiert habe, auch in nicht so guten Bedingungen und es ist dann dort einfach alles aufgegangen und ich habe wirklich die Leute ohne Glück oder irgendwas einfach geschlagen, weil ich besser war und das war dann ein sehr befriedigender Erfolg für mich, finde ich, ja. Was war für dich so der tiefste Punkt in deiner Kitesurf-Karriere? Puh, der tiefste Punkt, ja, das ist schwer zu sagen. Es gab nicht wirklich tiefe Punkte. Es gibt natürlich immer schlechtere Phasen oder wo die Form einfach nicht passt. Zum Beispiel? Im Moment ist es halt so, dass ich mit dem Studium sehr eingedeckt bin. Ich mache gerade meine Masterarbeit und es geht wenig Wind daheim in Österreich, wo ich im Moment bin und du kommst einfach wenig zum Kiten und es ist einfach extrem schwer, damit so wenig Kiten dein Level zu halten. Von neuen Tricks lernen redet man da noch gar nicht und es tut natürlich weh, wenn du weißt, wo du sein könntest oder wenn du siehst, wie die, die 24-7 nur kiten und du halt nicht ganz so die Vielzahl aufbringen kannst und dann auch noch die Windbedingungen zu Hause vielleicht nicht so passen. Das ist einfach nichts weitergegeben im Moment. Und du halt irgendwie schaust, dass du dein Level hältst, das tut dann halt ein bisschen weh. Wie übst du die dann da nach oben? Also wie motivierst du die da selber? Oder hast du dann da spezielle, keine Ahnung, schaust du dann Videos an oder wie motivierst du die da? Ja, also man schaut natürlich Videos, aber prinzipiell habe ich halt einfach auch diesen Kite-Virus noch immer in mir und in dem Moment, wo da draußen die Blätter rascheln, sitze ich im Auto und fahre zum See und liebe einfach immer noch dieses Gefühl, wenn es losgeht mit der Session und du spürst, dass der Wind gut ist, weil die Sonne scheint, es ist wieder warm und du hast Freude im Wasser, kannst lachen, lächeln und es passt einfach alles und dann ist es auch sekundär quasi, welche Tricks du landest, aber als Wettkampfkiter oder als eine Person, die halt einfach immer im stetigen Wettkampf mit sich selbst ist, willst du halt einfach deine besten Tricks planten und die härtesten Tricks. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Was war für dich dann in dem ganzen Kiten so die schwierigste Hürde, die du überkommen hast müssen? Ja, schwierig ist natürlich, Fuß zu fassen, ganz am Anfang, wenn du jung bist, neu auf der Tour, keinen Namen hast noch nicht viel Geld von Sponsoren kommt. Das ist natürlich eine große Hürde und dann ist dein Level zu halten, wenn du älter wirst, ist eine große Hürde und die Sponsoren bei dir zu halten, dass sie das weiter trotzdem finanzieren und an dich glauben, auch wenn es erstmal einen Durchhänger gibt. Mit wem arbeitest du da heute zusammen? Wer sind deine Sponsoren? Ja, wie gesagt, das ist Best Skyboarding, das ist Quicksilver für Wetsuits und Gewand, am Sportpool Burgenland, das ist so eine Organisation bei mir zu Hause hier in Österreich, die Sportler vor allem von Randsportarten unterstützt finanziell, was wirklich super ist und noch ein paar kleinere Sponsoren, aber der Hauptsponsor ist natürlich die Kite-Firma, die einen unterstützt. Wie kann man sich das vorstellen? Stell dir jetzt vor, da sitzt jetzt heute ganz ein Junge und der hört das jetzt an und es braucht nicht nur ums Kitesurfen gehen, es geht ja um hunderte Randsportarten, generelle Sportarten, immer auf Sponsoren angewiesen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt man da mit den ersten Sponsoren in Kontakt? Wie arbeitet man mit denen? Welche zwei Tipps würdest du da vielleicht jemandem geben? Okay, also wichtig würde ich finden, es ist natürlich sehr sportabhängig, aber du musst Leistung haben, die du vorzeigen kannst. Du kannst nicht aus dem Nichts kommen und sagen, du bist der Beste, sondern du musst es schon mal irgendwo bewiesen haben. Also wenn du jetzt jung bist und gut in irgendwas bist, dann zeig es auch. Dann geh zu einem Wettkampf, beweise dich, zeig es den anderen und du musst ja nicht gleich gewinnen. Keiner sagt, dass du deinen ersten Wettkampf gewinnen musst, aber wenn du gut bist, dann sieht man das auch. Und ganz wichtig ist, glaube ich, die persönliche Einstellung zu einer Sache. Du darfst es nie aus dem Grund machen, um Sponsoren zu kriegen, sondern du musst es machen, weil es einfach dein Leben ist und weil es dein Traum ist und weil du das gerne machst und dann kommt der Rest. Aber du kannst nichts erzwingen und schon gar nicht nur um Geld zu kriegen, einen Sport gut machen. Das trifft eh genau wieder das, wie auch Steve Jobs oder wie ganz viele erfolgreiche Leute, die generell sagen, du kannst nur richtig erfolgreich in etwas sein, wenn du das wirklich gern tust, was du machst. Wenn du es nur machst, um Geld zu verdienen, dann wirst du nie richtig erfolgreich sein. Das ist ja genau das, was du da sagst. Ja, ist auch ganz absolut meine Meinung. Verwendest du mehr Fotos oder hast du da eine Pressemappe oder hast du mehr Videos? Was schickst du denen zum Beispiel? Ja, also du musst natürlich eine Pressemappe haben, wo du zeigst, du da alles rein. Wer du bist? Puh, Julian, gute Frage. Du musst natürlich dich selbst beschreiben. Du musst zeigen, wer du bist, was für eine Person du bist, deine Persönlichkeit und deine Leistungen. Vielleicht musst du auch überhaupt erst einmal erklären, was für eine Sportart du machst. Also es ist ja, gerade wenn du aus einer Randsportart kommst, darfst du nicht voraussetzen, dass die Person auf der anderen Seite weiß, was das auch ist. Also am besten mit Fotos und Beschreibungen erklären, was du machst, worum es geht, zeigen, was das Potenzial ist. Wie erklärst du da Kitesurfen? Naja, dass es eine Wassersportart ist, die mit einem quasi Lenktrachen, wo der Fahrer übers Wasser gezogen wird und du spektakuläre Sprünge zeigen kannst, dass du dich frei am Wasser bewegen kannst, dass es eine absolut grüne Sportart ist, weil wir halt einfach die Umwelt nicht verschmutzen, dass es eine Fun-Sportart ist, dass es eine, wirklich eine große Community schon gibt und es immer noch die am stärksten wachsende Wassersportart der Welt ist und ja, dass es ein cooler Lifestyle ist mit coolen Leuten und da musst du natürlich auch deine Person sehr gut präsentieren und deine Leistungen aufzeigen, vielleicht auch schon Pressemappe dazugeben, Presseclipping, wenn du schon was hast, irgendwo in Magazinen oder Zeitungen, vielleicht hast du schon Videos gemacht, die gut angekommen sind mit vielen Viewern, dann da natürlich die Links reinfügen. Wie machst du das online generell? Ich denke gerade der Holztag online ist mega wichtig, oder? Wo bist du da hauptsächlich vertreten? Oder sagen wir mal so, angenommen, wenn da jetzt die Zuhörer, die wollen vielleicht mit dir folgen oder irgendwie Infos von dir, was bei dir so abgeht, was wäre da der beste Platz oder was sind da auch für Tipps, gerade jetzt so in den Extremsportarten, wo sich da die Sportler präsentieren sollen bzw. wo Zuschauer Infos finden? Ja, ich bin natürlich auf Facebook und Instagram vertreten unter Mike Stetshofer und das sind natürlich auch die Plattformen, die von sehr vielen Sportlern genutzt werden. Snapchat ist auch gerade sehr stark im Kommen, auch bei Sportlern und vor allem bei Bloggern. Das geht auch richtig ab im Moment und auch dort bin ich vertreten und es geht halt einfach darum, glaube ich, Emotionen zu teilen. Das ist für viele sehr wichtig, dass du auf einem Foto oder einem Video erkennst, was die Emotionen dahinter sind und dass du dich gestockt fühlst davon, wenn du siehst oder in irgendeine gewisse Stimmung versetzt wirst beim Video, beim schönen Sonnenuntergang oder ein Foto, wo die Sonne gerade aufgeht oder die Stimmung gut ist und das wollen Leute, glaube ich, sehen. Also das x-te Foto, wo halt die Qualität vielleicht nicht so gut ist. Du weißt, du hast den besten Trick gelandet, den es gibt, aber das sieht man am Foto nicht. Am Foto geht es, glaube ich, nur darum, dass du Emotionen rüberbringst und Leute fesselst. Wie viel bist du unterwegs? Gerade mit der FH zusammen ist es jetzt natürlich, wie du gesagt hast, ein bisschen eingeschränkt, aber wie viel warst du vielleicht zu den Maximalzeiten unterwegs und wie viel bist du jetzt unterwegs? Zur Maximalzeit würde ich sagen, waren es sieben, acht Monate, wo ich fix im Ausland war und dann dazwischen halt eine Woche wieder im Land, drei Wochen weg, eine Woche hier. zwei Monate weg und jetzt ist es mehr so, dass ich mich an den Ferien orientieren muss natürlich. Ich kann mir zum Glück auf meiner Fachhochschule freinehmen, wenn ich Fettkämpfe oder Trainingslager habe, aber muss natürlich trotzdem schauen, dass die Prüfungen erledigt werden und da alles passt und meine Arbeiten abgegeben werden und daher mache ich das natürlich jetzt nicht herausfordernd, da das Maximum rauszuholen und dann vielleicht das Studium auf der Strecke zu lassen. Warum machst du jetzt die FH? Ja, naja, ich bin jetzt 30 Jahre und muss sagen, alter Hund Ja, du hast dein Geburtstag gehabt, Julian. Ich weiß, alles Gute noch mal zum Glück. Du hast mir aber gratuliert. Ich weiß. Und na, aber irgendwann kommst du drauf dann mit 26, 27, dass vielleicht der Weltmeister 18 Jahre ist und du 10 Jahre älter und dass Kiten wahrscheinlich oder überhaupt die Sportart wahrscheinlich nicht für immer da ist und dich nicht immer finanzieren wird und du irgendwann einen Plan B brauchst und ich habe mir da mal dann mit, ich glaube es war mit 26 im Sommer die Hand gebrochen, nicht beim Kiten, sondern einfach auf die Hand gefallen und war halt draußen vom Kiten und hatte nichts zu tun, weil ich war halt Profisportler, der seinen Sport nicht ausüben kann und ja, ich durfte auch sonst nichts trainieren natürlich, weil die Hand heilen musste mit dem Kips und war natürlich eine komplett schwierige Zeit und da habe ich dann halt schon noch viel darüber nachgedacht, was wohl kommt, wenn es gar nicht mehr geht mit Kiten und habe für mich halt entdeckt, dass es wohl besser ist, wenn ich nebenbei, neben dem Kiten noch ein Studio mache, weil dann verliere ich das Kite nicht und habe aber einen zweiten Bildungsweg und einen Plan B, wenn es dann wirklich mit der Karriere dem Ende zugeht. Wie lässt sich das dann managen? Ist das jetzt so, dass du sagst, es ist eh suboptimal, aber du musst halt irgendwie durchdrücken oder sagst eh, na es geht eigentlich schon, was würde es jetzt anders machen, wenn du nur Kiten jetzt nur mehr Kiten würdest? Ja, wenn ich nur mehr Kiten würde, wäre mein Level wahrscheinlich höher. Ich würde wahrscheinlich immer noch mehr Geld von Sponsoren bekommen. Warum? Weil du, ja erstens die Leistung wäre höher und du wärst natürlich präsenter, wenn du immer am Puls der Zeit bist und immer dort unterwegs bist, wo die Fotografen gerade sind, wo die Action passiert, auch in der Offseason, wenn gerade kein Wettkampf ist oder so, dann bist du natürlich mehr im Gespräch und präsenter. Was sind da die Spots? Also wo sind, wenn du sagst, da wo die Fotografen sind, wo sind die jetzt zur Zeit oder wie kann man sich das vorstellen? Also das muss man mal, das kommt sehr auf die Jahreszeit drauf an und das jeden Monat ist quasi ein anderer Spot, wo gerade die Leute sind zum Trainieren. Zum Beispiel jetzt? Immer danach, wo der Wind am besten ist. Jetzt gerade würde ich entweder in Tarifa sein oder vielleicht in Ägypten und so Hotspots sind natürlich im Winter Kapstadt, im Herbst ist es Brasilien absolut, im Frühling dann eben so April, Mai, Juni ist es Tarifa in Spanien und so tingeln die Leute halt herum, immer dem Wind nach und halt auch Wettkämpfe nach und die Fotografen und die Magazine natürlich hinterher oder Kameraleute, weil du halt dabei sein musst und das ist zum Beispiel bei mir halt jedes Jahr im September geht die Uni wieder los, die FH und da muss ich halt am Start vor allem viel dabei sein, damit du nicht zu viel verpasst und das ist dann immer eine intensive Phase bis Oktober und gerade September bis Oktober ist halt die Zeit, wo in Brasilien viel passiert und das ist halt einfach das beste Trainingsrevier zum Kiten, weil die Bedingungen perfekt sind. Was macht es dann so gut? Das hat sich zum Beispiel jedes Jahr. Was macht es dann so gut so ein Trainingsrevier? Die Gleichmäßigkeit des Windes, der Bedingungen, dort geht einfach jeden Tag derselbe Wind, du musst dich nicht jeden Tag neu auf den Wind einstellen, sondern du weißt halt, wie der Wind ist und jede kleine Veränderung dann beim Absprung, bei einer Rotation, beim Krafteinsatz, im Trick verändert etwas und du kannst absolut spüren, was es ist, weil dein Kite hat sich nicht verändert, die Position vom Kite ist die gleiche, der Absprung im Wasser ist der gleiche und somit kannst du viel besser im Kopf dran arbeiten, was verändere ich, wenn ich hier mehr ziehe, wenn ich hier fester abspringe, wenn ich mehr ankann beim Absprung mit dem Board und das ist einfach, die Lernkurve ist viel höher, als wenn du auf einem Spot bist, wo sich halt die Bedingungen oft verändern oder wo du viele kleine Kabelwellen hast, die den Absprung verändern, wo jeder Absprung und jeder Trick sich ein bisschen anders anfühlt und nicht, weil du was änderst, sondern weil sich die Bedingungen geändert haben. Wo denkst du, muss der Sport hin oder beziehungsweise wo denkst du, wenn du jetzt sagst, okay Kitesurfen ist jetzt so 15 bis 20 Jahre alt, ist noch unter Anführungszeichen recht jung, aber hat doch schon die Möglichkeit, sich mehr und mehr zu entwickeln. An welcher anderen Sportart müsste sich jetzt Kitesurfen ein bisschen orientieren? Du sagst, so könnte das sich entwickeln, dass die nächsten 20 Jahre vielleicht Kitesurfen von einer absoluten Randsportart, vielleicht wirklich, sagen wir mal, zu einer Trendsportart oder schon ein bisschen mehr, keine Ahnung, und das ist vielleicht einmal in der Schule als Freizeitaktivität oder keine Ahnung, angeboten wird. Ja, das ist natürlich schwierig, immer das zu sagen, weil wenn du diese eine Millionendollar Idee hast, dann musst du sie auch nutzen und nicht hier jetzt sagen, aber nein, die habe ich je noch nicht. Aber was ich glaube ist, ja, man kann sich absolut an anderen Sportarten orientieren, muss aber auch sein eigenes Ding durchziehen, weil wenn du die x-te Sportart bist, die das und das macht, die schon die Sportarten davor gemacht hast, dann bist du auch irgendwie nur ein billiger Ableger davon und du musst halt in deiner Sportart diesen einen Punkt finden, warum du anders bist und im Kiten ist das schon, dieses sich frei über das Wasser bewegen und das Hochspringen und lang in der Luft sein, finde ich. Und um das herum kann man sehr viel machen, man sieht es ja zum Beispiel eben beim Red Bull King of the Air in Kapstadt, wie viele Leute da begeistert zusehen, jubeln, die Fahrer anfeuern und wie das alles gehypt wird. Warum geht da das gesamte richtige Weg? Warum geht das gesamte Weltcup-Format nicht dorthin? Ja, weil es halt diese Freestyle-Tricks weiterzuentwickeln und für die Fahrer sich weiterzuentwickeln auf diesem Segment halt auch extrem wichtig ist und auch so eine Berechtigung hat, weil es einfach schwer ist und immer was schwer ist, ist auch irgendwie dann wichtig, dass man sich weiterentwickelt für sich selbst und es ist, sag ich mal, härter, sich in einem schweren Freestyle-Trick weiterzuentwickeln als beim Big Air. Beim Big Air geht es vor allem um Mut, weil beim Freestyle geht es halt um diese akribische Arbeit, dass du hier noch was veränderst, da noch was veränderst, um noch mehr Rotation reinzukriegen und so weiter und ja, auch das hat seine Berechtigung, nur wie schon am Anfang erwähnt, ist einfach diese Schere zwischen Freizeit-Kiter und Freestyle-Kiter einfach so groß, dass nicht mehr verstanden wird, was da passiert und gerade beim Big Air weiß einfach jeder, wenn der Typ 20 Meter hoch ist, dann ist er spektakulär und schaut cool aus und ist was Besonderes. Du denkst nicht, dass man da im Interesse des Sportes hergeht und einfach die Regeln sagt für den Weltcup, okay, es ist zwar gut und nett, dass ihr das da alles so akribisch in diesen kleinen Bewegungen macht, aber für den Sport und für die ganzen Sponsoren und so weiter ist es viel besser, wenn ab jetzt die Regeln so sind, dass jeder 20 Meter hoch springen muss. Ja, nein, finde ich nicht, würde ich nicht gut finden, alleine, weil du nur wenige Spots hast, wo das auch so funktionieren würde. Warum? Das Hochspringen ist natürlich von der Windstärke sehr abhängig und vom Absprung, von der Winddichte und von noch ein paar Faktoren und es gibt nur sehr wenige Spots, wo man so hoch springen kann, wie zum Beispiel in Kapstadt oder auch Tarifa an manchen Tagen auf gewissen Spots kann man auch sehr hoch springen, aber du kannst halt an einem Spot mit Thermik, wo es jeden Tag 15 Knoten oder 30 kmh Wind hat, kannst du einfach nie so hoch springen und auch die wollen vielleicht einen Wettkampf veranstalten. Aber man muss einfach den Mix finden und das heißt ja nicht, dass wenn du in dem einen gut bist, dass du das andere nicht machen darfst. Zum Beispiel der King of the Air ist Aaron Hadlow und der ist auch schon fünffacher Weltmeister im Freestyle und fährt auch auf der World Cup noch mit. Also das eine schließt das andere nicht. Aber ist zur Zeit nicht die Nummer 1, oder? Nein, ist zur Zeit nicht die Nummer 1, aber er ist in den Top 5 auf jeden Fall dabei, könnte auch einen World Cup noch gewinnen. Also vom Level her ist er sehr gut und er ist auch in der Welle gut und ein absolut guter Allround-Kiter. Und ich glaube, das ist auch wichtig für den Sport, dass du viele Disziplinen anbietest und viele Disziplinen pushst und Medienpräsent machst, dass man hoch springen kann, dass man mit dem Kite super in der Welle surfen kann, ohne paddeln zu müssen, sondern einfach sich vom Kite in die Welle ziehen lassen und dann trotzdem ganz normal surft, dass man Freestyle machen kann, dass man einfach rumcruisen kann oder dass man auch racen kann. Es ist einfach für jeden was dabei, wenn man den Sport ausübt und die Möglichkeit hat, an einen Spot zu kommen, wo man es ausüben kann. Klar, sicher wichtig, ja. Interessant, ja, weil es sind ja ganz viele heutzutage, da geht es wirklich nur um die Maximierung des Profites, die Maximierung vom Ertrag oder das da Kitesurfen unter Anführungszeichen mit Absicht in eine Gegenrichtung geht, ist dann halt ein bisschen spannend, ob irgendwann da vielleicht ein Umdenken ist, weil wirtschaftlich ist das ja hochinteressant. Ja, hoch riskant auch, aber es ist sowieso ein Randsportart und wie gesagt, es gibt halt wenige Spots, wo du allgemein, wo du kiten kannst, nur wenn du das Wasser und den Wind hast, genügend Platz zum Starten und Landen, dass alles sicher abläuft und vielleicht auch schon ein bisschen eine Szene hast, sonst kiterst du nicht an einem Spot und das limitiert den Sport auch ein bisschen, aber an den Plätzen, wo es funktioniert, explodiert es halt und ich merke es zum Beispiel bei uns hier am Neusellersee mit dem Einzugsgebiet Wien, mit der Bundeshauptstadt, mit zwei Millionen Einwohnern, da explodiert Kitein einfach, weil es einfach so ein attraktiver Sport ist und einfach so ein cooles Feeling, wenn du da am Neusellersee übers Wasser gleitest und das machen kannst und mit deinen Freunden das machst und dich einfach frei bewegst und Wind, Luft und Natur spürst und wenn das die Leute sehen und ausprobieren, dann bleiben die meisten Leute, glaube ich, auch dabei, einfach weil es so etwas Besonderes ist. Nun musst du einfach die Möglichkeit haben, es auch auszuüben. Wo würdest du Kiten lernen? Fragen wir mal für einen ganzen Anfänger, der das jetzt hört, keine Ahnung, vom Kitesurfen hat. Hättest du vielleicht einen Tipp, wo er das online sehen kann beziehungsweise hast du vielleicht einen Tipp, wo er das lernen soll? Ja, also es gibt natürlich extrem viele Schulen. Überall, wo ein paar Leute kiten, gibt es auch schon eine Kiteschule und es gibt natürlich Reviere, wo es leichter ist und wo es schwieriger ist. Wichtig ist, finde ich, dass du es wo übst, wo die Schule eine Auszeichnung hat für, also von einer Vereinigung von Kitelehrern oder Kiteschulen, dass das auch wirklich geprüfte Kitelehrer sind, dass der Typ weiß, was er macht, wenn er mit dir aufs Wasser geht und dass er auch die Sicherheitsregeln kennt und dann sind natürlich Spots auch gut, wo du keine Hindernisse vor dir hast, wenn du kiterst. Also ich würde immer sagen, wenn du irgendwo bist, wo der Wind von der Seite kommt und nicht von Tal zum Strand hin, ist es immer besser oder als wenn der Wind direkt weggeht vom Strand, wo du weggetrieben wirst vom Strand. Also es kommt schon sehr auf den Spot drauf an und auf die Qualität des Lehrers, wie glaube ich bei allem. Der Lehrer entscheidet schon sehr viel über Erfolg oder Nichterfolg. Beim Rumreisen, wie tust du da bei mir war das ja immer absolutes Desaster, Horror immer mit dem ganzen Kaltmaterial. Hast du irgendwelche Tipps? Generell, das sind ja Leute mit Übergebäck. Wie machst du das? Suchst du da genau die Airline aus oder irgendwie hebst du da mit dem Fuß hin und hebst die Tasche hoch? Wie machst du da? Haben wir alles schon gemacht, Julian. Rucksack runtergestellt und so weiter, wenn es funktioniert. Aber ja, es ist einfach so, dass es gibt halt Regeln bei den Airlines und das Wichtigste ist, dass man sich vorher erkundigt, was ist die Regel bei dieser und jener Airline? Welche Airline kann ich nutzen, um vom A nach B zu kommen? Welche nimmst du am meisten her? Ich muss sagen, ich fliege am meisten mit Air Berlin oder Fly Niki von Wien aus. Erstens, weil es halt von Wien gerade in Europa überall hinkommst und dann mit anderen Carrieren halt dann in Verbindung auch noch weltweit überall hinkommst. Und sie haben ein sehr gutes Konzept für Sportler mit, ich kann im Moment einfach zweimal 32 Kilo mitnehmen gratis. Wie geht das? Entweder über die Service Card, die man für ein Jahr kauflich erwerben kann, immer, oder du kriegst halt einen Status, wenn du viel fliegst mit ihnen. Du fliegst halt viel, klar. Ja, ich flieg sehr viel. Ja. Das kennst du ja auch. Ja, ja, klar. Aber, ja, nein, aber es ist eine, finde ich, eine sehr angenehme Airline, was das betrifft. Man meldet es vorher an, man kriegt das okay oder das nicht okay, je nachdem, ob es drauf passt, aber es hat eigentlich bis jetzt immer geklappt, dass es noch mitgenommen wird und da gab es für mich noch nie Probleme mit Zahlen. Und es gibt halt einfach Airlines, die dir irgendwie ganz schwummerig auf der Homepage Homepage irgendwas erklären von dem und dem und anmelden und vorab zahlen und dann bist du trotzdem wieder ein Kilo drüber und das Kilo kostet dann 70 Euro und auf einmal kostet dich das Gepäck mehr, als der Flug gekostet hat und du überlegst, ob du nicht ein neues Ticket für den Portback buchen solltest, dass du ihn in die Kabine mitnimmst. Und es gibt halt auch einfach kooperative Airlines, wo mein Auge zugedrückt wird oder es gibt halt Airlines, wo einfach reinhart das Konzept durchgezogen wird und wenn du das halbe Kilo drüber bist, darf das Zeug nicht mit. Und das lernt man halt über die Zeit natürlich, aber man sieht es schon noch ein bisschen einfach über die Homepages, über die Richtlinien, wie die Airlines dann mit Sportlern und Sportgepäck. Was war das Krasseste, hast du mal richtig diskutiert mit einer Airline oder was war das Krasseste beim Reisen, wo du sagst, jetzt zuck ich dann gleich total aus? Ja, also das war, ja, gibt es natürlich mehrere Storys, aber einmal war es natürlich in Wien am Flughafen mit Austrian Airlines schon sehr dramatisch, weil ich hatte einen Flug nach Präzision. Ja, hoffentlich hören die das. Hoffentlich hört Austrian Airlines dazu, ja. Ich war mit Austrian und ich hatte das Sportgepäck angemeldet, meinen X-Bag bezahlt und die Dame am Counter hat das anscheinend nicht gesehen und hat gemeint, ja nein, das wird als normales Übergepäck verrechnet, das kostet sie 800 Euro. Also das kann es nicht sein und bin wirklich schon, ja, irgendwann dann ausgezuckt bei der Dame und hab dann, aber sie ist halt einfach nicht davon runtergegangen und ich hatte die Bestätigung und alles, aber sie hat es nicht gesehen auf ihrem System, hab dann meinen Travel Agent am Sonntag um 5 in der Früh angerufen und der hat da ja wirklich abgehoben und mit der Dame dann weiter diskutiert und hat das Ganze gelöst und nach, glaube ich, einer Stunde und kurz vor Abflug, dass der Bag eh bezahlt, dass er mitkommt und ich musste dann nichts zahlen, aber die wollte halt einfach nicht runter von dem, dass ich 800 Euro jetzt zahlen muss noch und ich meine, das kann man sich halt einfach nicht leisten, das ist nicht wert und ich meine, das war halt zum Glück noch vor dem Abflug von Österreich, aber sowas kann ja natürlich genauso passieren, wenn du irgendwo im Ausland bist. War das mal im Ausland irgendwo? Bei mir nicht, aber ich kenne es natürlich von Kollegen und ich kenne es auch von meinem Vater, der in Kampstadt schon mal gestanden ist und dann halt, ja, diese 800 Euro oder ich glaube, es waren bei ihm halt ein bisschen weniger, 700 oder so zahlen musste, weil du bist im Ausland, du kannst das Zeug nirgends abgeben oder dort lassen, weil du fliegst erst nächstes Jahr vielleicht wieder runter oder gar nicht mehr und, ja, dann stehst du dort vor der Option mitfliegen und sehr viel Geld liegen lassen oder dort bleiben oder irgendwas dort lassen, was auch viel Geld kostet. Naja, da musst du halt in einen sauren Apfel beißen und zahlen. Aber die Airline fliegst du dann halt nicht nochmal, das ist halt unangenehm. Scheiße, ja. Vor allem, wenn du weißt, dass du im Recht bist und die das einfach nicht zugeben wollen. Klar. Beim Reisen irgendwie überfallen oder irgendwie Probleme da? Du reißt ja, da gehst du von Hause, man hat gerade gesagt, Brasilien, Kapstadt und so weiter, man muss ja teilweise richtig zugehen. Ja, gibt es natürlich auch schon einige gute Erlebnisse, viele Geschichten. Besonders krass war es in Kapstadt, wobei ich Kapstadt immer noch als extrem sicher empfinde, obwohl sie mir, also, ja, mein Vater mir ein Auto gestohlen haben, einmal ins Haus eingebrochen haben und es aufgeräumt haben, obwohl mein Vater zum Beispiel gerade drin war, ins Auto eingebrochen haben, Scheibe eingeschlagen und alles raus. Ja, ist trotzdem noch sicher. Man hat irgendwo geparkt, wo es halt einfach, wo niemand das Auto gesehen hat oder man hat den Schlüssel versteckt und niemand hat es gesehen oder man hat ein Fenster. So hinterm Reifen rein. Ja, eventuell. Oder man hat das Fenster gekippt gelassen, weil es halt einfach die heißeste Nacht des Sommers dort ist und irgendjemand checkt es halt und steht dann auf einmal halt im Haus. Was ist dann? Man muss halt extrem aufpassen und man muss halt echt sagen, bis jetzt ist zum Glück nichts passiert. Aber man kann immer die Polizei rufen und hoffen, dass die Sachen vor der Versicherung ersetzt werden. Oder man kommt mit guten Geschichten, wie es passiert ist und versucht so einfach sein Geld zurückzubekommen. Weil meistens, wenn man sagen würde, dass der Schlüssel eh beim Auto gelegen ist und er einfach nur weggefahren ist damit, schaut sehr schlecht aus. Ja klar. Oh Mann, aber du bedroht worden oder sowas ist da nie passiert? Nein, Gott sei Dank nicht und das habe ich schon öfter gehört und möchte ich aber selbst wirklich nicht miterleben. Sicher keine angenehme Situation. Das stelle ich mir extrem schlimm vor. Du eine Kiteschule oder so, dass du irgendwie, weil du gehst ja jetzt doch in eine recht andere Richtung, oder wie sieht es zurück ins Förstertum? Nein, ich glaube, das Schiff ist abgefahren. Einfach auch, wenn du dann zehn Jahre weg bist von der Sache, nach der Schule und das nicht praktiziert hast, hast du einfach keine Ahnung mehr davon, was da passiert. Aber ja, Kiteschule, es gibt schon sehr viele Kiteschulen, also du müsstest halt irgendwo einen Spot finden, wo noch niemand war und was Neues aufbauen, weil wenn du dann die zehnte Schule in Tarifa bist oder die zwanzigste oder fünftigste, dann macht das keinen Sinn. Also da ist einfach nur mitschwimmen dann, ist glaube ich auch keine gute Idee. Aber mal schauen, was für mich noch kommt im Leben. Klar. Du reist gerne, also Jetlag oder so, oder ist das für dich überhaupt keine Belastung? Ich reise gerne, muss ich sagen. Natürlich sind lange Flüge anstrengend für den Körper und das merkt man auch. Die erste Session, meistens auf so einem Langstreckenflug, ist eher schwierig. Aber nein, ich reise gerne und Jetlag ist jetzt nicht so ein Problem. Sicher kann es mal sein, dass man dann mitten in der Nacht munter ist und nicht mehr schlafen kann. Aber nein, ich stelle mich da Gott sei Dank schnell um. Wie packst du? Bist du eher so ein minimalistischer Packer oder hast du alles doppelt mit? Er kommt immer darauf an, wo es hingeht, was der Grund für die Reise ist. Aber wenn du zum Beispiel jetzt zwei Monate nach Kapstadt fliegst, dann musst du manche Sachen einfach doppelt mitnehmen. Wenn du weißt, das kriegst du unten nicht so leicht oder so. Andererseits, wenn du irgendwo bist, wo es alles gibt, wo du alles bekommst, dann musst du jetzt nicht so auf Sicherheit packen oder alles doppelt mitnehmen, wenn du es dort einfach besorgen kannst wieder. Aber ich reiß schon mit vielen Sachen eigentlich. Weil du halt einfach nichts dem Zufall überlassen willst. Also die zweimal 32 Kilo nutzt du voll aus? Ja, die nutzt ich gut aus, ja. Okay. Dann brauchst du keine Sorgen machen. Handgepäck auch noch voll? jedes Gepäck lade das, ja. Handgepäck? Handgepäck zur Zeit immer ein Trolley und ein Rucksack, ja. Boah, also mit drei Taschen plus Rucksack. Ja, genau. Aber es ist halt einfach, ja, meistens im Handgepäck noch, im Trolley noch ein Kite einfach drinnen. Weil ich reise mit fünf Kites meistens, vor allem zu Wettkämpfen, weil du halt nie weißt, was passiert und du willst nicht am Strand stehen und den richtigen Kites zu Hause haben. Klar. Ja, und das ist schon ganz schön viel Zeug, was du da mitschleppst. Wie ist das mit Freundin und Beziehung? Wenn du jetzt bist, vielleicht mehr da, aber wie ist das sonst? Wenn du voll viel unterwegs bist, wie kombinierst du das? Gar nicht, weil du bringst eh, unter Anführungszeichen, keinen Sand zu mehr? Bei mir war es schon immer mit Beziehung und das war natürlich schwierig und es ist auch jetzt verabschieden und länger weg sein ist natürlich für, vor allem für den, der zurückbleibt, schwierig, weil wenn es jetzt Winter ist, ich fliege nach Kapstadt oder irgendwo anders in ein paradiesisches Revier und der Papa sitzt zu Hause im Regen, im Nebel in Österreich bei Kackwetter, ist es natürlich schwierig, wenn man dann die Fotos vom anderen sieht und das weiß ich auch, aber ja, es ist irgendwie ein Teil von mir und es ist halt schwierig, aber es muss halt fast akzeptiert werden, weil mich gibt es halt irgendwie nicht ohne dem und für den anderen was so Großes aufzugeben, ist halt schwierig, weil du nicht weißt, ob es dir nicht irgendwann auf den Kopf fällt und du das dann dem Partner, dem zuliebe du es gemacht hast, nicht vorwirbst, also dass du das nur wegen ihm aufgehört hast. Irgendwelche Tipps, die du Leuten geben kannst, gerade für so, ich will jetzt nicht sagen Long-Distance-Beziehungen, aber irgendwelche Tipps für dieses ganze On-Off, On-Off, hast du irgendwelche Tipps? Beziehungstherapäutische Sofa, ja, nein, also eigentlich ist es natürlich heutzutage schon echt viel leichter geworden, früher war es halt richtig tragisch mit irgendwelchen Telefonkarten irgendwo kaufen und dann bei der Telefonzelle stehen für eine halbe Stunde im Abend und eh schlechte Verbindung und SMS kostet extrem viel Geld, Internet-Cafés gibt es nicht und dann kriegst du halt einfach Stress, weil du halt weißt, die Person will was hören von dir und ja, das ist heutzutage viel leichter, heutzutage habe ich mein offenes Handy ohne Vertrag und kaufe mir halt überall auf der Welt, wo ich bin, eine SIM-Card und bin genauso erreichbar wie zu Hause und dann schickst du halt Fotos nach Hause, zeigst, was du machst und skypest oder facetimst oder was auch immer mit der Person und das macht es einfach schon viel leichter. Also dein Tipp wäre da absolut, wirklich überall SIM-Card immer kaufen, damit du halt Internet wahrscheinlich hast, oder? Ja, genau, ja. Erstens brauche ich das Internet ja auch, um mich selbst zu vermarkten, wenn ich irgendwo bin, um die Fotos zu posten oder Videos und so weiter und ja, eben um in Kontakt zu bleiben mit dem Beziehungspartner, das finde ich schon sehr wichtig, den Kontakt zu halten, weil wenn du zwei Wochen nichts voneinander hörst, das ist halt schon sehr komisch. Klar. Und wie geht es da mit Eifersucht? Es hat aber auch, finde ich, Vorteile, weil es ist, immer wenn du nach Hause kommst, ist es halt so, das Vermissen ist halt schon sehr extrem und die Freude aufeinander extrem groß und es ist halt auch immer ein schönes Gefühl, wenn du dann wieder in die Arme fallst und weißt, da wartet wer auf dich. Logisch. Also es kann, finde ich, auch eine Beziehung gut tun, finde ich. Klar, na voll. Wie geht es da mit Eifersucht? Also auf der einen Seite von dir, der Bautner, der zu Hause bleibt, da war wahrscheinlich noch viel schlimmer, oder ich habe das ja selber damals auch einmal miterlebt, wenn du unterwegs bist. Ja, Eifersucht ist gleich etwas Natürliches und schon auch etwas Wichtiges. Wenn man absolut nicht eifersüchtig ist, ich weiß nicht, ob man dann etwas empfindet für den Partner, aber man muss das natürlich gut handeln und wenn man weiß, dass der Partner treu ist und man eh der oder die einzige Person ist für den anderen, dann ist das, glaube ich, nicht so schwierig. Also ich weiß da hundertprozentig, dass ich meiner Freundin vertrauen kann. Wo sind deiner Meinung nach die hübschesten Frauen auf der ganzen Welt? Du als Surfer bist ja der Experte. Und Geschmäcker sind so verschieden, dass man da eigentlich nichts dazu sagen kann. Elegant, elegant raus. Es gibt überall hübsche Frauen und ja, finde ich, ist zu spezifisch und individuell. Das Ganze, ja. Verstehe ich voll. Du, Michi, ich würde ganz zum Schluss kurze Fragen, die Antworten drauf müssen nicht lang oder kurz sein, sondern du bestimmst. Sind aber relativ klipp und klar nach vorne. Was hast du für Handy? Ist das Apple oder Samsung? Apple, iPhone, ja. Warum? Ja, ich habe damit angefangen vor, ich weiß nicht, beim iPhone 3, weil mir irgend so ein Typ damals im Venezuela ganz stolz das erste iPhone gezeigt hat. Das nicht funktioniert hat. Ich glaube, ich glaube, das war es du. Es hat mich trotzdem sehr imponiert, wie du damit gekommen bist und ja, das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen und ich bin dem ganzen Treu geblieben. Vor allem, wenn du dich auf ein System mal so eingestellt hast, tust du es schwer, das Ganze zu wechseln. Vielleicht kommt irgendwann das nächste große Ding von einer anderen Firma und du tust es dir an, dass du alles umstellst. Aber ich verwende halt auch den Mac. Das Backup-System ist von Apple, du hast Apple TV und alles mögliche und ist für mich ein stimmiges Konzept. Was hast du für einen Klingelton? Mein Handy ist immer auf lautlos, weil ich es hasse, wenn es klingelt und deshalb weiß ich nicht mal, was für einen Klingelton ich habe. Okay, völlig fair. Aber es ist irgendein Standort. Ja, okay, finde ich völlig fair, finde ich gut. Hast du irgendeinen speziellen Handy-Hintergrund oder Computer-Hintergrund? Handy-Hintergrund ist, der Sperrbildschirm ist ein Bild aus Neukaleidonien, das ich gemacht habe von einer Palme beim Sonnenuntergang. Geil. Weil mich das irgendwie, auch wenn ich irgendwo anders bin, in eine gute Stimmung versetzt und der normale Hintergrund ist ein Bild von meiner Freundin und mir natürlich. Cool. Weil auch das positive Vibes für mich sind. Logisch. Computer, mein Hintergrund ist der Standard. Bei mir auch. El Capitan, glaube ich. Bei mir auch, ja. Cool. Irgendeine App, da wo du sagst, das verwendet jetzt nicht jeder, also jetzt nicht irgendwie so WhatsApp oder so, sondern das ist jetzt eine App, wo du sagst, das ist eher, was du für dich hast, wo du sagst, komisch, dass das sonst niemand anderer hat, weil das ist so eine geniale App. Braucht das nicht zum Kommunizieren sein, sondern irgendein Ding, wo du sagst, boah, das ist eine richtig coole App, die sollte man sich anschauen. Puh. Irgendwas, was du... Irgendwas, was du... Also Apps, ich wirklich gerne verwende, sind natürlich Apps, die mir sagen, wo gut der Wind geht. Was verwendest du da? Windfinder und Windfinder. Okay. Also Windfinder verwende ich da. Und was ich sehr gerne verwende, sind Tracking-Apps. Ich weiß nicht, für alles Mögliche im Sport, zum Beispiel habe ich Strava für meine Mountainbike-Touren, wo ich sehe, wie schnell ich war, wie schnell waren andere auf dieser Strecke und so weiter. Strava, wie bookstabiert man das? S-T-R-A-V-A. Okay. Das ist, glaube ich, aber eher eine sehr bekannte App in diesem Bereich, vor allem bei Mountainbikern. Und ja, ich als Wettkampftyp sehe es natürlich extrem gern, den Vergleich zu anderen Leuten. Und das pusht mich, dass ich beim nächsten Mal noch mehr Gas gebe und so. Und sowas finde ich immer sehr interessant zu sehen. Wie viele Kilometer bin ich gefahren? Was war die Höchstgeschwindigkeit? Wie waren die Anstiege? Herzfrequenz und so weiter. Kann man da alles verwenden. Klar, finde ich cool. Das ist echt cool. Liest du viel? Klar, für die FH wirst du wahrscheinlich selber viel arbeiten, auch mit Büchern. Liest du viel? Ja, immer sehr abhängig von der Zeit, die ich überhabe. Im Moment muss ich halt im Zuge meiner Maßarbeit viel Literatur lesen. Was liest du, wenn du frei wählen kannst? Wenn ich frei wählen kann, lese ich gern Kriminalstories, Kriminalistik, Ballistik, Krimis habe ich sehr gern. Und Sachen, die mich in Bezug auf Sport weiterbilden. Bücher über Krafttrainings, über Muskelarbeit. Irgendwelche zwei Bücher, wo du sagst, einmal aus Kriminologie und einmal vielleicht aus Sport, wo du sagst, die sollte man lesen? Puh, Kriminalistik. Also ich habe die ganzen Henning-Mankel-Bücher gelesen. Okay. Also alle Krimis-Stores von ihm, die sind ja alle cool und zusammenhängen. Im Sport, da gibt es unendlich viele Bücher. Im Moment lese ich ein Buch von Stephen Fleck und William Kramer Designing Resistance Training Programs. Okay. Darüber, wie dein Körper funktioniert bei Krafttraining und wie du das am besten anwendest. Okay. Ich schreibe das auf, ich haue das danach in die Shownotes rein, dass das die Leute sich mal anschauen können. Okay. Lieblingsfilm von dir? Gibt es zu viele, muss ich ehrlich sagen. Ein oder zwei? Na, kann ich mich nicht festlegen, Julian. Okay. Gibt es einen Film, habe ich jetzt gerade nichts im Kopf. Irgendeinen Film, den du immer wieder schauen kannst, ohne Problem? Ich schaue ab und zu, also James Bond kann ich mir eigentlich immer wieder anschauen. Ja, definitiv. Ja, finde ich cool. TV-Serien? Ja, schaue ich viel so Crimi-Stories, NTS, Hawaii Five-O, nichts Tiefgründiges, muss ich sagen, aber ich schaue die Sachen auch meistens nur dann, Gibt es irgendwelche TV-Serien, die tiefgründig sind? Gut, das ist auch eine gute Frage, aber die sind schon sehr oberflächlich. Aber ich liebe sie, weil wenn ich die schaue, dann ist es meistens irgendwo auf Reisen, wenn du am Flughafen auf was wartest, oder auf Flügen und so weiter. Und dann ist sowas immer sehr angenehm, wenn man nicht zu viel nachdenken muss. Logisch. Was war so der letzte Einkauf unter 100 Euro, wo sagst du, der war so, der war eigentlich keine 100 Euro wert, sondern der war 10.000 Euro wert? Das ist eine gute Frage. Unter 100 Euro. Ja, irgendwas Kleines. Ich glaube, ein Armband für meine Freundin, das mir sicher nicht viel Geld gekostet hat, aber sehr viel bewirkt hat bei ihr. Cool, denke ich mir. Ja, finde ich gut. Peter Thiel, einer der Ursprungsinvestoren von Facebook, der hat immer so eine berühmte Frage und die stelle ich auch den Leuten total gern. Und zwar gibt es etwas, von dem du total überzeugt bist, wo die Mehrheit absolut nicht zustimmt? Ja, das gibt es sicher und ich glaube, das gibt es auch bei jedem. Aber bei mir ist es sicher in Bezug darauf, dass man auch als Profisportler in Randsportarten eine Berechtigung hat, Geld zu verdienen und seinen Traum zu leben und damit durchzukommen und nicht im System stecken muss, mit seinem 9-to-5-Job und sich an normale Konventionen und Arbeitszeiten halten muss. Ich glaube, dass man es auch anders machen kann, aber dass das leider vor allem in Österreich noch sehr wenig respektiert und gesehen wird. Ich glaube, weltweit sind viele Leute sicher, die das nicht so sehr cool. Zwei letzte Fragen, eine letzte Frage. Stell dir vor, du hörst jetzt gerade in den Nachrichten, dass er erst Dorit kommt und du hast noch sechs Stunden Zeit und dann ist wahrscheinlich aus und zu Ende. Was würdest du die letzten sechs Stunden machen? Du kommst mit Fragen, ja. Auf jeden Fall mit meiner Familie verbringen. Also ich liebe meine Familie, alles drumherum, meine Eltern, Geschwister, Neffe jetzt auch schon, bald eine Nichte, meine Freundin und auf jeden Fall die Zeit zusammen mit denen nutzen, weil das ist das Wichtigste für mich. Cool, klar. Das finde ich cool. Allerletzte Frage, Michi, angenommen, du könntest jedem mit einem Smartphone auf der Welt jeden Morgen eine kleine Pop-Up-Message schicken, die da aufpoppt, die maximal Twitter-Länge hätte 140 Zeichen, was sollte da drinnen stehen? Ich zähle jetzt nicht mit, aber es sollte irgendwie, der tiefere Sinn soll schon da sein, dass man No Grätze, einfach das tun, was man gern hat und das auch irgendwie jeden Tag ausleben versuchen, auch wenn man in einem normalen Job ist und vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, jetzt jeden Tag an den Strand zu gehen oder so, aber irgendeine Kleinigkeit musst du für dich haben, die du jeden Tag machen kannst, wo du sagst, ist mir jetzt egal, was andere denken oder ob es richtig oder falsch ist, das mache ich machen, damit es mir gut geht. Finde ich cool. Michi, ich sage tausend Dank, das war ein richtig cooles Interview. Ich bin echt total dankbar, dass du dir Zeit genommen hast. Coole Sache. Ja, cool. Danke, Julian. Hat mich sehr gefreut. Wenn dir diese Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen positiven Review im iTunes Store. Du erkennst, wie wichtig die richtigen fünf Menschen um dich herum sind? Du möchtest dein Leben genauso dominieren, anstatt immer nur zu kämpfen? Doch wie geht das? Genau dafür hat Dr. Julian Hosp die Dominieren statt Kämpfen Mastermind-Gruppe gegründet, in der du exklusiven Zugriff auf Insiderwissen zu Gesundheit, Beziehungen, Netzwerken, Business, Finanzen und vieles mehr bekommst. Tausche dich zudem mit hochmotivierten Menschen aus und erweitere dein Netzwerk automatisch, ganz bequem von zu Hause aus. Schau gleich auf www.julianhosp.com slash mastermind und buche deine kostenlose Intro-Stunde. Dominiere, anstatt nur zu kämpfen. Für noch mehr großartige Gespräche vergiss nicht, nächste Woche wieder reinzuhören.